Hallo Leute und herzlich willkommen zu Neuenfolge von... Oh... Er labert sehr viel... Neuenfolge von Smite, jetzt mal spielen wir... Xintian auf der Solane ist, wo er sich gewöhnt soll. Ich mag Xintian-Spieler. Daher sind wir hier... Ja, das macht Sinn. Dann... ich muss gegen... Wie heißt, ich muss gegen... Alter, ihr Name. Modern spielen wahrscheinlich. Das heißt, ich möchte einen durch Tyranical Fateham mitnehmen. Ja, werde ich machen. Ich brauche das. Dann würde ich noch... 2 Pods... Und... Teleport. Okay, perfekt. Ich spiele Xintian das erste Mal auf der Solane. Ich habe ihn noch nie auf der Solane gespielt. Immer nur als Support, wie überhaupt. Ich spiele Xintian wirklich nicht viel. Okay. Okay. Also, er hat noch einen Crank-Skin bekommen. Den bekommt man gerade, wenn man Twitch Prime hat. Also, Amazon... Doch, doch, Twitch Prime. Ich glaube Twitch Prime. Ich weiß nicht. Oder Amazon Play... Irgendwie Twitch Play... Ich weiß nicht. Das ist ein komischer Name. Du bekommst du kostenlos, wenn ihr das habt. Kann ich nur empfehlen. Das ist ganz wirklich geil. Und kostenlose Skins sind immer toll. Ich mache überraschend viele Schaden. Das ist ein bisschen problematisch. Egal. Jedenfalls hat neue Animationen. Neues Stimmpack. An sich... Alles Neues zu sagen. Hätten neue Charaktere. Komplett. Außer, dass die Fähigkeiten die Leichen sind, logischerweise. Mal schauen, wie es laufen wird. Wie gesagt. Ich habe jetzt nicht viel gespielt. Ich hoffe auch, dass es halbwegs okay läuft hier. Ich tue mein Bestes. Ich muss nicht hart gefehlt werden oder so. Ich finde einfach überleben schon nice. So. Kommt bei mir. Es bringt euch rein. Dankeschön. Wo ist sie hin? Freut mich ein bisschen. Wo ist sie hin? Da ist sie gespawnt. Da bist du. Okay. Verdammt. Sie hat jetzt das Freakamp bei mir gemacht. Was ein bisschen unlucky ist für mich natürlich. Okay. Das ist ein Problem. Sie ist schneller als ich im Clearen. Autsch. So. Das entspannte ist nur, dass ich in Support bin. Defense habe. Und würde ich nicht wenig davon. Gehen wir hier ganz kurz. Achso. Das war mal. Ich dachte jetzt wäre. Äh. Kurz Sorgen gemacht. Ey. Erstmal bitte. Wie ein Gang fände ich sehr nice. Oh. Warte. Ne. Da drüben. Ich seh schon. Äh. Ne. Bekommt sie auch so schon. Es macht keinen Sinn rüber zu gehen. Oder? Doch es macht Sinn. Es will Sinn machen. Ja. Ähm. Leute. Ich habe einen Assist bekommen. Ich habe ein bisschen Erfahrung verloren. Das ist ein bisschen problematisch für mich. Ich weiß nicht ganz was da abgegangen ist. Weswegen die den Sylvanas so weit rüber gezogen haben. Ähm. War ein bisschen doll strange. Aber gut. Dadurch hat es einen Vorteil. Ich weiß nicht, ob es die beste Idee war rüber zu gehen. Im Echtsein. Aber mal schauen. Ich hoffe einfach, dass mir. Oh. Ich hoffe einfach, dass mein Buff gemacht wird gleich. Und dann halt drüben gegankt wird. Ich werde ich sie annehmen. Weil ich habe einfach gerade den Nachteil, dass ich da geholfen habe. Also. Ich weiß nicht ganz was so der Grund dahinter war. Für. Ähm. Für den Sylvanas da hinten zu sein. War ein bisschen hart strange. Dadurch hat mein Team sehr viel Erfahrung verloren. Weil es auch ein bisschen. Eigentlich gar nicht mal so doof war. Aber siehst du schon. Das ist ein Problem. Das ist ein großes, großes Problem. Autsch. Das mal bitte. Das ist ein großes, großes Problem. Oder auch nicht. Komm, 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 komm. Greif an. Perfekt. Das war einfach ein perfekter Bait. So. Das war wirklich gut geklappt. Und auch super, dass er noch rübergekommen ist. Falls nicht. Ich wusste, dass er gekommen ist. Ich wusste, dass ich da tue. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie mich ältet. Damit sie in meine Richtung ältet. Dann kann ich direkt wegsprengen. Dadurch wollte ich jetzt auch nicht den Schaden einsetzen. Den nicht durch meine Drei nicht einsetzen. Und schon bin ich wieder fast voll. Sie hat den Mann aber verloren. Sie hat Erfahrung verloren. Und ich bin wieder da. Das ist super. So. Und wir hinbekommen jetzt nicht zu... Sie hat geblinkt. Sie hat geblinkt. Sie ist rüber geblinkt. Sie hat 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 geblinkt. Getroffen? Ernsthaft? Du hast ihn überhaupt eh nicht mehr. Das ist kein Problem. Ich kann einfach hier schön clearen. Ich bekomme eine Erfahrung. Sie ist da hinten. Sie wird zurückgedrängt. Das ist perfekt. Das läuft sehr gut für mich. Na schade. Sie hat erholt nicht mehr. Das ist ein riesiger Vorteil für mich. Das ist ein riesiger, riesiger Vorteil für mich. Was hat sie denn gekauft? Okay. Interessant. Sehr interessantes Bild. Aber gut. Wenn sie meinen, dass es das beste ist für sie zu kaufen. Ich mach da noch nicht viel Schaden. Was ist das? Was ist das? Dass mich das gerade getroffen hat, war auch ein bisschen strange. Okay. Das ist ein Problem. Komm, 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 komm. Geh mentor. Oh, das ist ein ult wieder. Achso. Oh. Das war ein wundervoller Blink. Nehmen wir das hier mit. Oh. Ah, das hat gerade geblinkt. Wundervoll. Aber es war wirklich sehr gut für mich. Gerade ist es perfekt. Äh. Ja. Das war... Dieses Mal hab ich nicht gesehen, dass da gerade der, ähm... Dass da God Mercury kommt. Aber es ist am Ende doch perfekt für mich gelaufen gerade. Aber so hab ich es doch gerne. Was? Haben die einen... Wie hat er es gerade gesch... Äh, Sam Silvanus' Jungle. Sam Silvanus' Jungle, der vorhin probiert hat zu... Ähm... Äh, zu Counter-Junglen. Das ist ein bisschen hart random, ehrlich zu sein. Also es ist eine süße Idee, so Silvanus' Jungle... Silvanus' Jungle ist wirklich süß. Also es ist... Es könnte Spaß machen. Kann ich mir gut vorstellen. So. So. Machen wir das schön ein bisschen Schaden. Dass ich nicht getroffen hab. Es muss mir mitgelaufen. Aber egal. So. Kleinen wir das ganze. Was böse ist, ich helfe ihr halt die ganze Zeit... Ähm... Ihre Fähigkeit aufzuleveln. Nein, danke. Oh mein, ein Gank hier drüben wär schon geil. Aber gut, die... Die haben jetzt schon so oft gegankt. Oh. Ich will nicht ulten, weil ich weiß, dass er hier ulten wird. Hallo Sylvanus? Muss das jetzt irgendwie was Sinn ergeben? Also... Muss das jetzt in irgendeiner Hinsicht einen Sinn ergeben? Weil er überhaupt jetzt kein Problem hat, dass er hier ist. Das ist mir egal. Ähm, beziehungsweise könnte ich glaube ich sogar killen, wenn ich wollte. Ich glaube, ich könnte beide fighten. Wenn ich jetzt... wenn ich wollte. Borischerweise. So. So. Komm schon, viel schade ich meine Minions, die ja verstärkt sind. Haaa, The Ranked Platinum ist alle das schlimmste Items zu spielen. Würde ich... also mein... würd ich komplett... ich hasse das Item, das ist so dumm. Ich weiß nicht, wieso es existiert, ich weiß nicht, was der Grund dafür war, das irgendwie reinzubringen und mir jetzt noch stärker zu machen, als sie endlich sind. Das ist... ooooh, sie will eh in Speed. Okay, weißt du was? Ich geh rüber zu meinem Buff. Ich nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es schnell geschafft habe. Verdammt, okay, schade. Sehr schnell, als ich gedacht hätte, ich konnte es aber schon aufhalten gerade. Ich kann enthaupten müssen. Oh, du bist... oh, du bleibst noch da. Das ist krass. Nein, da... das war strange. Das war sehr strange, aber okay. Gut, kein Problem. Ähm... was machen... da hinten Falten gerade sehr schön, so wie es aussieht. Ist ein bisschen random hier alles, mag ich zu sein. Aber ich glaube ich kein Problem mit. Ähm... By the way, falls ihr Lust habt, könnt ihr heute Abend wahrscheinlich in meinen Stream reinschauen. Da werde ich auf den neuen Smile-Patch reagieren. Mit Astral, wie immer. Ähm... Und in den Patch wird auch der neue Battle Pass vorgestellt. Oh, schade, dass er sich getroffen hat. Zeig mal, was bringt das Item jetzt eigentlich? Ich hätte den Kader Assist, okay... Aber gut. Frag mich so ein bisschen, wieso sie so schnell ist. In vielen Stellen. Mh... Ich weiß nicht ganz, was die mitnehmen da. W-w-w-w-w-w-w-w-w. Ist das ein bisschen strange, was ich alles kaufen? Hi! Wo ist die? Also ich könnte jetzt in unsere Back gehen. Ich habe ja Teleport. Aber ich will noch kurz überlegen, welchen Item ich holen möchte. Ich glaube Mystical Mail wäre eine gute Idee. Bring mir Defense, Call Control Reaction. Ja, ist eine gute Idee. Nehmen Mystical Mail mit. Das macht viel Schaden, ist nervig. Und ist sehr nice. Ähm... Ich bin immer... Die Range von meinem Teil ist wirklich krass groß. Ist ein bisschen nervig. Ähm... Hat er Lust zu ganken? Ich sehe ich gerade noch da hinten. Ähm... Hast du Lust mich zu feiten? Hast du Lust mich zu feiten? Komm hier, da ist die Roll draus. Sehr schön. Ähm... Ähm... Das war... Das war... Das war sehr viel auf einmal. Das war... Alter war das viel. Damit hatte ich gerade mal so gar nicht gerechnet. Aber... Alter war das viel Schaden. Wieso bist du zweiter wie über mir? Hast du was geschafft? Das war... Das war... Krass viel Damage. Das habe ich nicht gerechnet. Und das habe ich gar nicht gerechnet. Okay. Das ist jetzt ein Problem. Sie ist zweiter wie über mir. Das ist... Sie konnte meinen Buffs machen. Sie konnte meinen Farmen nehmen. Uff... Das ist ein riesiges Problem. Äh... Gut. Wäre das irgendwie noch hinter... Äh... Ich werde noch irgendwie hinterher kommen müssen. Äh... Gut. Jetzt habe ich ein bisschen... Ich habe mir ein bisschen... Ich habe mir ein bisschen... Der Schaden von dem Typen ist krass. Ich könnte ein riesiges Problem machen. Ähm... Oh gut. Tower ist fast weg. Die haben auch schon einen Droger? WTF? Leute. Wie geht das? Das kann davon nicht wahr sein. Das ist nervig. Das muss nicht sein. Der Langsam ist sehr unangenehm. Viel Defense für mich. Der hat zu oft Damage, überraschenderweise. Wieso machst du so viel Schaden? Komm her. Na gut. Jetzt kein Problem. Mh... Kann man da mehr? Gehen wir kurz wieder rüber. Das ist, äh... Ich brauche mehr Defense. Das ist jetzt gerade überraschend. Die haben auf einmal so viel mehr Schaden gemacht als ich. Äh... Gut. Die bekommen einen Kill. Sehr schön. Äh... Woher kommt der ganze Schaden? So, getting a kill or assist. Äh... Und ein Enemy. Aber wieso ist sie auf einmal immer so schnell? Und ein Enemy. Aber wieso ist sie auf einmal immer so schnell? Enemy. Zählen dazu auch Minions? Weil wenn ja, dann ist es ein bisschen verständlicher, woher der Schaden kommt. Äh... Wieso sie so schnell ist. Aber... Kano... Sie ist... Sie macht so viel gar nichts und ist auf einmal so beertrieben. Schnell. Das ist so strange. Eine Torfähigkeit killen. Wäre angenehm. Aber die verstärkten Minions ist schon nice. Sehr schön. Angenehm. Ist der... Äh... Ist der Buff denn da? Das ist nicht mehr da. Schade. Der Schaden ist wirklich unangenehm von denen. Also scheinbar... Scheinbar spielen die Wirklichkeit sehr gut, die Gegner. Die haben auch ein sehr komisches Team, sind die Premales. Die kann man auch nicht mehr sehen. Äh... Hi Minions. Wie geht's? Guck mal her bitte alle. Oder auch nicht. Uh... Ähm... Der Tor ist da ein bisschen unangenehm. Ich hab recht viel cooler noch von Fähigkeiten, was ein bisschen unangenehm ist. Ja, alles ist gerade unangenehm. Äh... uh... Gut, die Fehlgatt macht sehr viel schaden. Mhm Schade. N... Naja, soll kommen. Okay, du willst noch reingehen. Zäh, Dann gehe ich wieder weg, ne, ich könnte da bleiben mit dem Teil, wenn ich hier drinnen stehen bleibe, dürfte es da gehen, hab ja kein Mana mehr, was halt ein bisschen problematisch ist, ich könnte auch nicht, ja, es würde glaube ich, nein, mein Buff ist da, wenn ich den schon mitnehme, ich baue noch ein bisschen Metal Defense, weil wir haben einfach schon Tank, das heißt, es macht nicht viel Sinn, wenn ich jetzt einfach auch auf Tank gehe. Also natürlich wäre es schon nice, aber es ist jetzt nicht nützlich immer nichts, oder nicht wirklich nötig, das heißt, ich kaufe mir gleich mal ein paar Damage-Items, so ein bisschen mehr Damage-Defense, heute habe ich keine schlechte Idee, weil, ähm, hier, man kann so viel Schadmuxentieren machen, durch seine Eins zum Beispiel, oder auch tatsächlich, oh, da sollte man dann schon so ein bisschen was entnehmen, danke, jetzt kommen wir back, und schauen dann weiter, was möchte ich denn haben, Wingblade wird mir vorgeschlagen, ähm, Ähm, wir haben keine wirklichen Slows, ich will also, was wird mir so vorgeschlagen noch an sich, nix wirklich, wow, okay, dann, äh, Point-Physical Defense, will ich eigentlich gar nicht, äh, doch, warte, äh, nein, okay, warte, was musst du nochmal, ich, ich glaube, ich nehme was anderes mit, das wir mitnehmen wollen, ähm, Teleport, okay, 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 mal schauen, wie nötig das sein wird, jetzt hier, hab jetzt ein bisschen mehr Damage mitgenommen, ich kann gleich noch weiterkaufen, äh, wo ist sie, wahrscheinlich bei ihr im Buff, kann das sein, aber mein Schaden geht langsam wieder hoch, also ist angenehm, wo ist sie, ist sehr strange, ich, okay, dann, ach so, okay, dann wird es teilgemacht, Okay, 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 okay Lass mich, lass mich, lass mich, bitte. Oh mein Gott, okay, ich hab's geschafft, sehr schön. Ähm, gut, das hab ich überlebt. Angenehm, mein Mann darf ich jetzt sofort wieder spawnen. Ich hab gesagt, ich kann TP mehr, was ich missen. Angenehm für mich ist es logischerweise. Aber gut, ich kann es auch noch hinbekommen. Kannst du bitte ein Viecher spawnen? Schau mal, nicht. Gut, danke schön. Wir müssen hier ein bisschen feuchtig sein. Mh. Weil ich hab jetzt keinen Bock auf... Oh, oder, oder, sie haben das gemacht. That's too bad. Wieso macht... Okay, die haben den Pyramanther gemacht. Gut, wieso auch nicht? Können sie machen. Das ist unangenehm für uns. Ich glaub, die sind wirklich Pre-Mate. Bin mir so recht sicher, dass sie Pre-Mate sind. Weil, also, ich find deren Bild so... Ich find, das ist so interessant. Ähm. Be careful, mittel, und be strange. Strange. Interessant, aber schon, strange. Kein Mana mehr. Äh, ich hab keinen Teleport mehr. Ich werd einfach ein bisschen farmen müssen, erst mal. Bitte pass auf, du möchtest nicht, dass du da jetzt stirbst. Das wäre wirklich unangenehm. Ich mein dich schnell. Ansonsten müssen wir schauen. Äh, ich muss noch langsam mal in den Teamfighter angehen, weil ich, äh, für mich ist ja wichtig, sozusagen, dass ich die, äh, für mich ist ja später wichtig, zu meinem Team zu unterstützen. Mit Ult, meine Ult, und so weiter. So, okay. Mal schauen, es war ein bisschen, also, ich bin froh, dass ich rausgekommen bin, es hätte, hätte, hätte Closer sein können. Bzw. äh, hätte, hätte, hätte schlimmer werden können, oder schlimmer werden können. Was war wirklich krass close. Hätte ich da jetzt mein Blink nicht gehabt, wäre ich gestorben. Hi, ich hab mir keinen Bock mehr auf den Fight mit dir. Wirklich, nicht mehr, dass man den Quatsch schon nervt mich, langsam nervt mich nur noch. Ach, okay, wenn sie rüberkommt. Will sie für mich weiter angreifen? Es ist langsam. Langsam sehr besonders. Aber dadurch, dass sie einfach ein gestiger Warrior ist, hat ihr Schaden um einiges höher als meiner. Das ist ein bisschen nervig, ist logischerweise. Ähm, mein, meine Buffs spawnt bald wieder. Das heißt, ich mach kurz mal meine Lane noch hier. So, okay. Ja, ich helfe. Da kommt es euch rüber. Das heißt, äh, Neudel ist verdummt von euch. Ich hab gesagt, es soll feuchtlich sein. Und wenn sie auch weiterhin sind, ist das wirklich nicht smart. Wieso? Ich hab gesagt, es soll feuchtlich sein. Nö, sie bleiben noch da und, äh, pushen weiter. Keine Ahnung. Es war jetzt nicht sehr smart. Aber gut. Ich überlege gerade, ich würde gerne ein bisschen mehr Defense mitnehmen wollen. Was war das gerade? War hier jemand? Ich hab jetzt nicht mehr jetzt den Ward so. Mehr kann ich nicht setzen. Ich kann... Oh, warte, das ist hier drüben. Das heißt, wenn ich jetzt hier alleine sein sollte, wäre es sehr nice zu pushen, kurz. Weil Minions sind verstärkt. Tower könnte ein bisschen für Schaden bekommen. Ja, angenehm. So, jetzt müsste noch die... Äh, noch eine weitere Minion Wave kommen, aber es sieht nicht so aus. Man ist so für Schaden wie gehofft, aber gut, egal. Oh, dein... dein Buff ist hier. Lass mal bitte. Äh, Brudi, lass mal bitte. Schau hier. Ich hab keinen Bock drauf. Leute, wieso... Oh, oh, sehr schön. Ja. 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 Ey, nicht nett von dir. Also, wir können gerne angreifen, wenn du möchtest, aber ich hab keine Ult mehr. Das ist zu nahe... Dude, Retreat einfach. Der Schaden von ihr ist ein bisschen höher. Oder auch nicht. Oh, 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 oh. So, aber von das geht's weg. Das Weißberg ist interessant. Oh. Oh, der Willen würde ich haben. Na, schade. Ich hab... Ja, retreat einfach. Geh einfach. Ich hab kein Damage mehr. Ich hab kein Damage mehr. Ich hab kein Damage mehr. Ich hab nicht genug Defense. Das ist ein kleines Problem von mir hier gerade. Meine Ult ist erst ein paar Sekunden... Also, ich würd einfach gehen wollen. Ich würd immer für dich gehen wollen. Das kann sein, hier zu bleiben. Ähm, ich brauch Defense. Ich brauch noch mehr Defense, als ich gedacht hätte. Ähm... Nehmen wir... Ähm... Ich würd das mal mitnehmen, weil es ist vielleicht ein bisschen spät. Weißt du, ich warte noch kurz, bis ich das zu Ende hab. Äh... Ja. Das macht, glaube ich, Sinn. Der Le... Ah, verdammt. Okay, den kann ich ja nicht bekommen. Verdammt. So, okay. Bei einem Wünschen rüber. Vielleicht bekomm ich ihn noch. Wäre sehr cool. Aber ich bin wach, krass langsam. Bekommen wir nicht mehr. Oder? Nee, doch. Sehr schön. Der länger liegen geblieben, als ich gedacht hätte. Krass. Das ist sehr schön für mich. Das freut mich. Weil den Buff zu bekommen, ist schon ein Vorteil. Autsch. Das ist noch örtlich. Das ist nicht mehr. So. Danke. Das musst du jetzt nicht treffen. Das ist so schnell. Wieso ist die so schnell? Ich verstehe nicht, wieso sie so schnell ist. Habe ich irgendwas verpeilt? Gibt es irgendeine Fähigkeit, die ihren großen Speed-Buff gibt? Das ist ein bisschen verwirrend. Ich hab irgendwie nichts in diese Richtung im Kopf. Oh, scheiße. Nö, lass mal bitte. Das muss nicht wieder sein. Dann habe ich keinen Bock drauf. Da bin ich lieber raus, als zu sterben. Oh, was machst du da hinten? Entschuldigung. Ist auch schon da, wenn 19. Krass. Willst du die Pyramans da machen? Okay, er ist da hinten. Ich werde meine Medias heute verteidigen. Irgendwo muss ich mal hin. Das ist ein bisschen nervig. Ich bin durchgegangen, auf meine Lane gebunden. Also natürlich nicht gezwungen, aber ihr solltet mal lieber da bleiben, damit ein Tor nicht fällt. Logischerweise so. Weil die hier, die Mulan macht sie auch die ganze Zeit. Ein bisschen problematisch. Okay, du bist noch hier. Ich habe auch keinen Bock, wirklich Bock mehr, sie zu fighten, weil sie nervt mich einfach nur. Sie nervt mich wirklich einfach krass. So. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Oh, ich bin auf dem Weg. Vielleicht ja keine Ult mehr. Was ich mich gerade frage, wieso stagst du nicht? Oder habe ich jetzt ein... Ich habe erst ein Key gemacht. Stimmt. Ja gut, dann macht es schon Sinn. Wenn man einmal schon mal dasteht, dann ist ja okay. Wir können das Ganze erstmal machen. Können wir weiter schauen. Äh, ja, mein... Mein Team wird es jetzt nicht zu schlecht. Ich würde jetzt noch schnell meinen Mande-Buff machen wollen. Dann gehe ich wieder back und dann schaue ich mal, was ich haben möchte. Weil ich bin... Leute, halt einfach auf, macht ihn nicht. Das ist ein Fehler. Das ist ein riesiger Fehler. Das ist wirklich keine gute Idee zu machen. Nein, Leute. Leute, macht das nicht. Das ist so doof von denen. Das ist so doof von denen. Es wird einfach gehen, bevor es einfach gleich alle sterben. Ist es eine gute Idee, das letzte Item zu kaufen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Gegner zu Sloan sagt jemand Nice. Och, Mann, oh. Die haben auch ein ganz schön ganzes Mirmalmatch fällt mir immer so auf. Also, wir haben die ganze Duel, äh, so halt, Addys hier unten zur Mitte. Ich habe gehört. Okay, wo ist er hin? Okay, da hinten. Das ist schade. Ich gehe weg. Aber ich konnte halt jetzt... Oh, oder? Er geht ihn doch. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Das haben wir gut gemacht. Und gegen Silvanus dürfen wir was mit ihm machen können. Äh, können, glaube ich. Müssen es nicht so schlecht enden. Okay, aber, äh, ja, Xenxen, so lustig. Man muss halt nur bedenken, dass man halt, äh, oftmals gegen einen richtigen, äh, in so einer, der da spielt, was Probleme erzeugt. Wollen wir das kurz hin? Oh. Ne, okay, es war etwas viel. Oh, er weiß nicht, wir hier sind. Das ist sehr gut. Und er will uns auch gar nicht haben. Sehr schön. Ich habe auch 3200 mit dem. Das ist sehr nice. Das ist eine coole Runde. Das ist eine sehr coole Runde. Hab sehr viel Spaß. Äh. Ich werde sofort rübergehen, sobald ich hier fertig bin. Hätte ich eigentlich auch schon sofort machen können oder mal sofort machen sollten, weil, äh, Minion zu verstärken ist schon nice. Ah, ist ein bisschen blöd. Ich hätte, ich hätte so ein bisschen, äh, Danke. Nehmen wir den Buff noch mal mit. Okay. Ja gut, hau es trotzdem weg. So viel sind es auch nicht gemacht. Ja, okay. Das ist sehr schade. Einmal, ähm, ich hätte mal eine Ult. Ich will kurz dich. Oh, okay. Sehr gut. Das ist kein Problem für mich, junger Mann. Ich stehe lieber hier und verteidige alles. Kann ich hier reingehen? Nein, kann ich nicht. Okay, egal. Ich bin mal kurz raus. Ich hätte mal eine Ult. Das heißt, ein guter Blink und... Ja gut. Weitergegner. Ouch. Okay. Das ist gerade kacke gelaufen. Nee, ich gehe weg. Das ist gerade hart kacke gelaufen. Okay. Ähm. Ich hoffe, ich kann ihn verteidigen. Äh, 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 äh. Das war... Nicht, dass ich gar nicht hätte, um ehrlich zu sein. Das war sehr viel Schaden auf einmal. Oh. Das ist wirklich blöd gelaufen. Ja, gut. Die können jetzt nicht so schnell verteidigen, wie ich. Ich habe zum Glück ein bisschen Defense. Oh, ich habe Kudan. Das ist ein Problem. Nee, lass mal bitte. Ich sterbe mich jetzt ja auch nicht. Äh, sorry. Alter, was geht bei dir? Oh, kacke. Das ist ein Problem. Ich habe aber zu schnell gerechnet. Das war dumm. Das ist wirklich. Wir haben zwei so starke Charaktere. Es ist mir so leid. So. Perfekt. Okay, es war wirklich dumm von mir. Es war so dumm von mir, dass ich da beide und ich da tatsächlich Zeit geültet habe. Das war... Äh, es hat uns ein Glück nicht das Gang gekostet. Bin ich sehr froh drüber. Aber es hat uns einen riesigen Vorteil gekostet. Und das war einfach nicht so gut nachgedacht. Ich wollte... Mir fällt einfach auf. Die Gegner haben alle Beats. Das heißt, wenn alle beatsen und Aris auch da einfach nicht funktioniert, dann bin ich einfach da. Und kann ich nochmal... Und dann kann ich nochmal ulten. Macht Sinn. Hat nur für meinen Kopf irgendwie in dem Moment nicht viel Sinn gemacht. Offensichtlich. So, ja gut. Ich bekomme ja noch gar keinen Schaden. Oh, hi. Sehr schön. Äh, ich hab meine ult. Also auch wieder... Wir könnten also in sich... Also Lanes durchgepusht drüben bei mir... Äh, alle Lanes sind durchgepusht. Weil wir immer so oft. Perfekt. Eigentlich sehr perfekt. Wichtig wäre es, glaube ich, äh... Savanus rauszunehmen. Doch, na gut. Wir könnten auch einfach das hier angreifen. Wir könnten die da hinziehen, wenn wir wollten. Komm. Wir könnten die hier rüberziehen oder müssten sie hier fighten. Aber... ein Team möchte nicht. Schade. L, die zieht raus. Perfekt. Äh... So. Oh, okay. Krass. Wenn wir jetzt hier noch einen Panther rausholen, werden wir jetzt krass lustig. Wo ist Silvanus? Silvanus ist unten. Es macht keinen Sinn, hier oben anzugreifen, um ehrlich zu sein. Aber gut, wenn das eure Idee ist, können wir das machen. Weil die Minions fehlen, logischerweise. Ich weiß nicht ganz, dass so die Idee dahinter ist, um ehrlich zu sein. Wir haben keinen Schaden. Wir haben wirklich keinen Schaden. Ja, retreat einfach. Leute, wir müssen raus. Es hätte closer sein können. Äh, er hätte weniger close sein können. Oh, der Schaden ist angenehm. Aber ich musste raus. Ich muss wirklich raus, sonst sterbe ich hier. Was wollen wir haben? Äh... Sehr schön. Was machst du? Uh, das ist aber sehr cool. Das ist sehr schade. Die haben auch krass Overstate, Leute. Die haben krass Overstate. Ich hab nicht ganz drauf geahnt, was passiert ist. So nach Rikishy oder so. Kann gut sein. Ähm, gut. Aber, falls ihr selbst irgendwelche Wünsche habt, by the way, gerne in die Kommentare schreiben. Ich gebe immer gerne auf eure Wünsche ein. Das war, wie gesagt, auch ein Wunsch, die an sich leben, so Spiele hier. Äh, sind die Einwohner, das habe ich eh schon länger mal gewünscht. Oh, hat geötet. Oh, fuck. Könnte Mitte angreifen. Okay, kann ich gerne machen. Ich hab ein Ward. 17 Autos. Okay. Ich hab... Wartet er jetzt erst? Bin so unsicher. Okay. Oh. Lass uns aber weitermachen hier. Okay. Ich dachte, wir machen irgendwie weiter. Das ist jetzt ein bisschen halt greedy von ihm. Er wusste nicht, wer noch da war und er hat es trotzdem gemacht. Oh, schade. Äh. Hi. Äh, ja, die wollen jetzt, die wollen es ja nicht machen. Retreat. Du hast mir recht, egal, junger Mann. Du bist mir sehr, doch egal. Du, retreate einfach. Ja, das ist ein Problem. Ja, okay. Alter, geh doch einfach. Das war... Das war jetzt... Das hat uns... Keine Zurufe verloren haben. Die hätten einfach gehen sollen. die haben da viel zu krass gefightet. Das war ein riesiger Fehler. Die hätten einfach gehen sollen. Weil die Gegner waren in dem Fall einfach Abendsübermann. Es waren zu viele Leute da. Und ich kann schon... Ich kann schon viel tanken. Ich kann... Ich mach schon viel Schaden. Ich mach nicht viel Schaden, aber ich kann schon viel tanken, sagen wir es so. Und ich kann gut Setupen und sowas. Aber das Problem war in dem Fall einfach, dass die... Eine nach dem anderen... Also die sind einfach reingegangen, ohne zu bedenken, dass da viele Menschen überhaupt sind. Okay. Okay. Okay, wenigstens. Aber jetzt ist er gleich tot. Oder? Sämlich. Sehr schön. Oder Schaden von der Ult. Aber er hat überlebt. Sehr schön. Ähm... Gut. Es ist jetzt ausgeglichen gewesen wieder. Aber trotzdem ist es halt... Die müssen ja immer ein bisschen doch klüger spielen. Das habe ich auch... Upgradet. Ich überlege gerade. Ähm... Wahrscheinlich... Aris hat das noch nicht. Krass. Gut zu wissen. Ich wollte gerade ja dich für dich nicht nehmen. Wads habe ich schon. Verbessern wir dich schnell. Und danach verbessern wir noch meinen Wads. Äh... Mein Teleport. Und dann ist es perfekt. Dann haben wir hier recht viel geschafft schon. Oh, Mann. Okay. Er ist wieder hinten alleine. Aus welchen Gründen? Ich weiß nicht ganz wieso. Pff. Ich verstehen würde ich nicht. Ähm... Ja, okay. Seid ihr hier? Oder macht ihr irgendwoher einen Fire-Junt? Udi, I don't care, Mann. Du machst mir... Kein Schaden. Hm. Hm. Ist ihnen bewusst, dass er einen Tank-Ulten hat und so weiter. Hm. Ist aber gut. Sehr schön. Er ist da hinten. Äh... Schade ist... Ne, ich muss retreaten. Für mich... Für mich... Ich muss raus, Leute. Mein Leben ist... Würde ich nicht angenehm. Geh' einfach back. Ich geh' einfach back. Hm. Ach, Leute. Das ist halt ein bisschen crazy hier. Das ist halt ein bisschen hard-crazy. Aber gut. Ich bin hier. Mal schauen. Ich hab' leider keine Ult mehr. Ähm... Oh, Mann. Die rechner nicht damit, was wir machen. Was machen wir scheinbar gerade. Außer. Okay. Es ist auch okay. Ich bin aber selber rasch, dass es funktioniert hat. Bin selber rasch, dass es funktioniert, um ehrlich zu sein. Ja, ich geh' jetzt auch zum Team. Es macht jetzt keinen Sinn, wegzugehen. Ähm... Ja. Es sieht recht entspannt hier bisher aus. Es könnte um einiges schlimmer sein. Also... Es könnte um einiges schlimmer sein. Wir können... Oh, Gottfee. Oh, Gottfee. Das wäre perfekt. Gut. Wollen wir kurz hier hinten. Was denn? Nerven wir kurz da hinten ein bisschen? Ähm... Heute Tausendze... Alter. Der hat der Schaden. Ähm... Nein, wir müssen. Was sind die denn alle? Okay. Alle unterm Tower. Alle unterm Phoenix. Ich hab Link. Ich hab Ult. Wäre halt schon möglich gut einsetzen. Oh. Das ist ein Problem. Okay. Sollten zusammenbleiben, bitte. Ähm... Okay. Oh. Crazy. Deren wichtigste Damage steht da eigentlich sogar raus Neben Logisch aber seine ATC ist und so Okay Oh ich bin so greedy Okay perfekt Jetzt müssen wir noch aufpassen Sehr schön Sehr sehr schön Oh das ist Render Perfekt Das war eine sehr schöne Runde Eine sehr sehr schöne Runde Wow sehr cool Da bin ich sehr froh drüber Hat Spaß gemacht So okay Mein Team war auch wirklich sehr gut Muss ich es mir so gesagt haben GG Das war sehr sehr schön Das hat wirklich viel Spaß gemacht Auch hier neue Win Animation 2-2-18 Wow Angenehm Ich habe 26.000 Schaden gemacht Fast so viel wie 62.000 Fast so viel wie unser Junglarsen Das ist ein crazyes Ich habe 26.000 Damage geminigated Äh Ein bisschen weniger als Aris Ein bisschen weniger als der gegenste Fendry Also Ah gut Die hat da ein bisschen mehr Vorteile Die hat auch so mehr Damage gemacht Ja die war nützlich ja schon mal Aber ist dafür einiges mehr gestorben als ich Oh Aber gut Ich würde sagen Ich hoffe mich heute untergefallen Abonniert gerne Falls ihr es noch getan habt Lasst gerne ein Like da Äh Passt euch auf Und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao